5 leute in einer farina runde hat das schon mal gegeben auf youtube ich weiß es nicht ich war ich bin irgendwie auch überfragt muss ich sagen teilweise auch oh mein gott ich weiß überhaupt nicht was ich jetzt tun soll um die 100.000 Likes dann werde ich mich vielleicht nicht mehr Ritzen Hahahaha Hörpropa weil es ist richtig schlimm wenn man damit kommen man nicht geht in eine andere Rolle Prozent neben müssen der bleiben das ist ein soziales Experiment man kann 100.000 Likes für eine getötete Fliege Prozent wird dann an euch geschickt dann zerschneide ich die Fliege und es sie auch vielleicht 8 die Hände aber ich weiß die Nürnberg jetzt in einer anderen Runde es ist auch drei Leute es passt und war auch die Leute drinnen und dann ging es auch nicht nein da war schön es ist es geht in einer anderen Runde es ist auch nicht es ist auch ganz kompliziert da hinten sind welche drin da sind zwei welche Seiten so eine Arschlochfliege äh 52 oder ja ich kann sie auch gerne verpissen er sei es ist die Spitze danke aber man ist die Kürbende ich man mein Misty Kürbende ich habe erinnert das schneide ich raus was denn was denn wir sind wir sind wir müssen es noch kommen Leif Mord im Video Uhr Mord ich meinen Titel jetzt geht's los hier Bonzen ich bin 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 es jetzt erlaubt er ja ok sagt in Pusch Aura A 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 Scheiße A A A A Z week w B A A A A sowie lieblich ist ein Leutel in meine Aufnahme Essen ja ich krieg die dämmer heute nicht sind ich hätte ich getötet er hätte ich getötet wir sollen mich gemeint tun ich bin ich nirgendwo an uns beide weil er in unseren Kampf eingestimmt ist und mich hat er abgestattet nicht nicht in zwei hatten in den städtischen n sachen gibt es dann hätte ich mich jetzt so spontan gar nicht erinnert nachdem zu tun Köln ja vorhanden nr 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 ja muss man gleich was zum trinken holen habe ich nix weil ich bin ein armes Kind die arme kleine Führer spendet mir jetzt weil ich bin ein armes kleines Kind und 5 Euro Ohr das gute Kript Saturn ist gute Kript Achtung guter Künstler ja weiß ich habe ihn gekriegt ja jetzt habe ich schon verloren es wird sich versuchten ich versuche vier Minuten zu überleben unternehmen in die Mitte zu kommen nein das ist aus ja und aber anders habe ich schon verloren ein Jahr wir haben sehr viel gehabt und es entsteht das ist danke nr 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 wer ist der nr 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 soweit rechte auch wirklich nicht aus aber nicht mann letzten sollte er zu besuchen wort man im Keller schlafen er ist nicht runtergekommen ist er verstecken geblieben die fette Sohn und du bist ein Ehrenmann der sich vor sein Problem zeigt er und nichts nie du bist auf jeden Fall ein Ehrenmann ich hab sie verraten nicht wo ich bin das passt so zu dir warum dass ich Angst hab war dieser Vollidiot verratet wo ich bin für ein behinderter Wichser weißt du das ja ist echt so 4 minuten wartest du erster du weißt nicht an dem Ende der Sonnenschläge es ist richtig wo es eigentlich steht die Mitte da oder die in die schnell Bist du behindert? Bitte nicht! Bitte! Bitte! 10 Sekunden! Oh mein Gott! Bitte! Ernest ist nicht lustig, es ist ehrenlos. Sowas ist aber auch nicht lustig. Nein. So ist es nicht lustig. Du verkämpfst die 4 Scheißminuten, die ich an dein Scheiß verficktes Leben gespendet habe. Und jetzt... Das ist die beste Aufnahme meines Lebens. Ich werde zu spülen. Ja. Ich weiß, wo du die versteckst. Nee, es gibt so viel Verstecke mehr. Ja, und ich bin auch nicht so dumm, sondern ich kann auch in die Mitte gehen. Ja, das ist das Neues. Ich glaube, dass der andere ein kleines Kind ist. Und ich glaube, dass du ein hoppiloser Fettsack Spasti bist. Sorry, kann sie gehen. Das habe ich nur für die anderen geschrieben, damit die mich jetzt nicht fokussend. Ei, ei, wer kommt? Da! Oh, ah! Hopfer, geh weg! Keine Freunde. Aber dann die Wut an mir auslassen müssen. Ja, easy, easy, wie du sagst. Das war so knapp. Hey, Moment, wie viel Ziege hast du eigentlich? So, und jetzt zeige ich dir mal, wie das abfuckt, wenn man die ganze Zeit kennt. Ah, nice. Campen muss man schon können. Ja! Haha, du Witz! Ja, mit deinem Steinschwert kommen. Back in der Aufnahme. Ich bin ausgezahlt, ich bin ausgezahlt. Ich bin ausgezahlt. Was bedeutet ein TZL überhaupt? Lol, verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Nenn ich bitte mal richtig. Ja. Wie viele Buchstaben, leider. Ich finde es scheiße, dass man die items nicht kriegt, wenn man jemanden tötet. Hat der andere Equip? Ja, hat er. Ja, slow. Okay. Du willst abstauben. Ja, sicher. Ah, ich habe auch Equip. Und ich habe schon einen getötet. Oh fuck, der hat ein richtig gutes Schwert mit. Und eine gute Range. Aber er leckt. Ja, das ist aber schleiste für mich. Nice. Ne, er hat geleckt. Ich lege. Okay, aber er hat auch geleckt. Oh scheiße, ich habe gewonnen. Ja, gut. Vier Kills. Du, das ist nur zwei. War eine nice Runde, Leute! Woo! Wer war der Beste? Maki, wer war der Beste? Jetzt zeigt er nichts mehr. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao.